Wir sind heute in Schäffer am Wilden Kaiser und ich darf euch hier eine sehr schöne 82 Quadratmeter große 3-Zimmer-Mietwohnung in sonniger Panoramalage vorstellen. Ihr werdet jetzt begeistert sein. Starten wir hier im Essbereich. Wir haben hier offenes Wohnen, Kochessen. Jawohl. Dann Küche mit allen Geräten, was man so braucht, ist ausgestattet. Das Tolle ist, ich zeige es euch dann gleich. Ich zeige euch zuerst den Wohnbereich. Wir kommen von zwei Türen hinaus direkt auf Balkon und Terrasse. Also wir haben einen schönen Wohnbereich. Die gesamte Wohnung ist hochwertig ausgestattet. Toller Holzboden von den Möbeln her. Viel schöner kann man es nicht haben. Wir kommen jetzt einmal direkt hier vom Essbereich Wohnzimmer auf unseren Balkon. Wir haben hier von der Früh weg bis spät abends Sonne. Wenn man sich das anschaut, viel schöner kann man nicht wohnen. So, ich habe es euch jetzt hier einmal gezeigt. Balkontüre Nummer 1 und direkt von der Küche. Also wenn ihr euch die Küche anschaut, spielt alle Stücke. Kommen wir auch direkt auf unsere Terrasse. Die ist jetzt tiefer. Und da hat man jetzt wirklich viel Platz und Schwung. Das Tolle ist auch, es ist überdacht. Da werden wir viele schöne Stunden im Freien draußen sitzen. Also immer, wenn sich das Wetter zulässt, glaube ich, werden wir sich da draußen aufhalten. Ich schwenke da noch einmal rüber, dass ich es sitze. Also wie gesagt, viel schöner, glaube ich, kann man nicht wohnen. Wir sehen hier einen zweiten Stock oben. Das ist die Penthouse-Wohnung. Und dann schauen wir wieder in die Wohnung rein. So, dala. Jawohl. Ich schwenke da noch einmal rum. So. Auch das mit der Abgrenzung ist toll gemacht. Dann, da haben wir jetzt den Eingangsbereich. Und dann haben wir Platz für Schuhe, Jacken, für die Garderobe. WC haben wir extra geordnet, was auch sehr praktisch ist, wenn man Besuch bekommt, dass nicht jeder aufs Badezimmer laufen muss. Dann haben wir Jugendzimmer. So, jawohl. Auch schöne Größe. Gegen Norden sind die zwei Schlafzimmer angeordnet, dass es auch Juli, August angenehm kühl ist. Und da haben wir das Elternschlafzimmer. Auch mit einer tollen Größe. Großer Schrank hat da drinnen Platz. So viel toller kann man es nicht haben. Wir haben Raffstores. Das heißt, wir können die Räume komplett verdunkeln. Und dann haben wir hier unser Badezimmer mit Dusche und auch die Waschmaschine trockenen haben. Sehr gut Platz. Also großzügig alles angeordnet von den Räumlichkeiten. Ja, schauen wir es uns mal an. Da, wenn wir jetzt reingehen, haben wir einen Abstellraum. Schauen wir uns auch kurz an. Beziehungsweise Speise. Jawohl. So, dann fassen wir die Wohnung nochmal kurz zusammen. 82 Quadratmeter Wohnfläche. Offenes Wohnen, Kochessen, zwei Schlafzimmer, Badezimmer, WC ist extra angeordnet und eine Speise. Wir haben eine schöne Terrasse und Balkonausrichtung gegen Osten, Süden, Westen. Weiters gehört zu dieser Mietwohnung ein Autotiefgaragenparkplatz. Wir haben weitere Autoabstellplätze im Freien und ein großes Kellerabteil dazu. Wenn wir Interesse zu dieser tollen Mietwohnung in Schäffer am Wilden Kaiser geweckt haben, freuen wir uns wieder auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn es uns folgt oder uns einen Like gebt.